Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen hier vor einem Haus in Florida mit Garden View, das zum Verkauf steht. Aber bestimmt nicht lange, es kostet nur 345.000 US-Dollar. Und es ist ein Schorzel. Die Hauspreise steigen in Florida wieder. Was vor kurzem noch zu unglaublichen Preisen angeboten wurde, ist heute dafür nicht mehr zu bekommen. Unsere Florida-Preise sind aber für Europa-Verhältnisse immer noch unglaublich günstig und sicher eine der besten Geldanlagen. Dieses Haus hat 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, ein Wohnzimmer und eine Küche. Außerdem eine 3K-Garage. Danke für das Anschauen dieses Films mit sonnigen Grüßen aus Florida. Ciao. Vielen Dank.